Musik Can't take Will was? Will was? Warum sing ich jetzt die Scheisse da? Warum bist du eigentlich da hinten? Du bist kein Sniper, du bist ein Ruscha Ich bin ein Sniper Nein, nicht mit der Waffe, nicht mit dem Operator Fuck Haben sie mir was Falsches verkauft Moment, du musst deiner Bestimmung folgen Du bist ein Ruscha Ich war bei Ramo 6, die haben gesagt, dass hier ein Sniper Moment, sie haben mich verharmt Fuck Okay Nie wieder über der buchen Verkaufen Oder wie ist das? Der Der, also der Ich bin auch komplett falsch, ne? Manchmal komme ich echt nicht klar wegen der Map Achso Achso Achso, hier war doch einer Bist du runtergekommen? Ich werde ausgefragt Ich werde ausgefragt Ich wurde ausgefragt Er wurde verhört Er hat verloren, Jungs Cool bleiben, wo warst du? Warst du ganz unten? Ich war ganz unten, ja, aber ich hab gedacht, da ist keiner, deswegen bin ich einfach gerannt Nein, wir werden nicht rechnen Mach das nicht, Alter, die hat mich verhört Ich hätte sogar als Freund einen Ständer Ich hätte sogar als Freund einen Ständer Nicht mit mir, nicht mit mir! Ich will ein Bier Umut, ich hab dich gerecht Danke Wenn ich nötig gewesen Doch Ich will gewinnen Du kommst mir nie was mit, wieso? Oho Bist du denn stopp? Ja, ich bin von hinten umgebracht Also da, wo wir gerade im Standen, weißt du da Achso Achso, du musst besser aufpassen Oho, 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 du musst besser aufpassen Nein, 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 nein Wenn du mich in einem offenen Zweikampf besiegen kannst Hahaha Dann vielleicht Alter, der hat scheiße geschossen Nein, ich bin gedodged Du hast es nicht gesehen, so Martix-style Ja, ja, genau Wuuuuh, wapp, 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 wapp Der hat echt scheiße geschossen Drei hier bei mir Da springen wir, Alter. Komm, spring doch noch mal. Zwei da, Chris, ne? Ella und noch einer. Alex! Alex in VIP, was? Vigil! Schön, das war Ella. V-V-VIP clear? Vigil? Schön. V-VIP clear? Ich hab keine Ahnung, ob das ganz clear ist. Theater, Alter. Komm. Nein! Zu hoch. Das wird halt Stress gehen, glaube ich. Okay, Asher ist da weg, Michi. Ich hab's gerade gesehen. Deswegen, ich weiß nicht. Sie ist bei den... Als wenn du weiter durchgehen würdest. Weiter, 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 weiter. Sie war bei den Türen... Doppeltüren zum Flur, weißt du? Türen zum Flur. Oh, da war noch einer, da war noch einer. Aber auch innen schon, oder? Nee, nee, außen. Beide sind da, beide sind da. Sie sind jetzt gerade außen wieder. Bei der Hande davor, bei den... Zwei Türen davor. Ja, komm mal, Steam auf. Jetzt guckt sie grad zu dir. Michi, Michi... Michi, wir machen den Geld. Nee, jetzt guckt sie grad nicht. Jetzt guckt sie grad nicht. Zieh links rum. Oder? Guckst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du direkt vor dir, Michi? Nichts! Nimm dir! Weht der Erf! Ich dachte, das wäre ne Leiche! Really? Ich dachte, das wäre ne Leiche! WTF! Ich dachte, das wäre ne Leiche! Ich dachte, das wäre ne Leiche! WTF! Es hat sich halt auch nicht bewegt! WTF! Das wäre ne Leiche! Ja, ich hab's nicht zucken gesehen! Ja! War die in der Cam oder was? Nein! Keine Ahnung! Sie hat wahrscheinlich auf die Stelle gezielt, wo du vorher entlang gelaufen bist. Sie hat halt gewartet, dass du vorbeikommst. Hast du die denn jetzt grad in meine Richtung gesehen? Nein! Nee, ne? Also ich hatte kurz ungefähr in deine Richtung gezielt. Ich brauch jetzt deine Aufmerksamkeit. Nein! Stopp! Stopp! Jetzt redet er! Ja! Dann warst du halt hinter der Deckung. Sie hat dich halt nicht gesehen. Und dann ist sie nach rechts gezogen, wo diese eine Lücke war, wo du vorher entlang gelaufen bist. Also du bist da hinten so um nen Kreis so rumgelaufen. Und in dem Moment ist sie dann da hin oder wie? Ja genau, in dem Moment hat sie dann da hin gezielt. Und dann bist du um die Ecke gekommen und dachtest halt, sie wäre ne Leiche. Ja, weil da auch ne andere Leiche lag. Deswegen dachte ich... Ich dachte so... Ey, jetzt wirst du sie doch sehen, ne? Und dann guckst du auf deine Richtung so... Äh, nie. Ja gut, zum Glück hast du das ja noch gesagt. So, mit ihr jetzt. Herrlich. Und die machen hier was auf? Äh... Nicht mehr. Oh, gut. Sehr gut. Aber die ist immer noch da und kann uns rum... Pass auf! Ab sie! Easy! Der Moment. Im Raum. Schmeißt du Kontakt nicht und Gu. Schmeißt du Gu nach ihm. Nein. Jonas, spiel einfach safe. Die kommen ja auch rein, ne? Jonas, dich. WTF. Jonas. They heal. They heal Jonas. Chris, einen hab ich gepinkt. Mehr weiß ich nicht. Ne, links von dir, Chris. Ja, ich weiß aber... Sehr schön. Easy, Chris. Wuh! Gut, good job. Sehr schön. Good job, Chris. Yolo. Was, was? Ja, die hingen draußen, die Ash. Au. Das ist die Weppel, ne? Ja, ja. Autsch. Pass auf, hinter dir ist ein Drohnenschlitz. Ich könnte neben gebrochen, Doc. Danke. Snipern wir im Bino. Ich sehe gar nichts mehr, ich sehe gar nichts mehr, ich sehe gar nichts mehr, ich sehe gar nichts mehr. Ich lebe noch. Huch. Ja. Nein! Sieh, 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 wie. Zu früh, zu früh, zu früh. Die zu früh. Warum lebe ich noch? Werde eigentlich seine Rüstung noch nicht. Keine Ahnung. Wie kacke, man. Der Killed der, ey. Wieder ein Lapperei, ey. Warte bisschen. Aha. Hast du gedacht, ne? Also, man kann mit Lieschen-Traps auch, äh, selber, äh, Lieschen-Traps. Ich brauchst alle in diesem Election-Troom, wo, äh, hier auch die Pflege von mir gemacht wurde. Oh. Und hinter der, Dings ist direkt, äh, hinter der Hostage ist direkt, äh, die Panzerhose. Christo, bist du runtergegangen? Ella, haben wir noch? Ja, ich dachte mir, wir wären seit unten, ich bin über... Oh Gott. Kack, game. Oh, Mensch. Warum rennt der mir da rein? Bitte. Okay. Von hinten, Chris. Bei mir von hinten kommt was. Okay. Alter. Alter. Das war, das war, das war Timelack. Was ist der? Oh nein, nein. Überhaupt dumm. Ich boost euch mal. ja mir hat er wir müssen noch ein eddeck ja ok Karaoke Fenster wahrscheinlich dran Hinter dir Chris, jetzt Karaoke, linke Tür von dir aus Blackbeard, linke Tür Er kommt rein, steht vor der Tür direkt Er geht wieder nach draußen, er geht wieder, er kommt wieder jetzt Jetzt geht er wieder zurück Er ist wieder nach draußen gegangen, außerhalb des Gebäudes Das war er, genau Okay, Trommelraum, die Treppe jetzt, Twitch Sag, wenn sie zur rechten Tür kommt Wurde gepinkt Wo macht man Jetzt, 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 sie kommt Ich habe keine Ahnung wo der andere ist Ich habe nichts gesehen und gehört von dem Ich bin echt. Was denn? Ah, ha ha Fenster vorne Oh Gott! Au! Au, das war... äh... Ich hab Glass... gedau... äh... erschossen, aber ich hab... Ich weiß auch hier, dass Leiden noch vor dem Fenster ist. Ja, aber ich kenn's noch, ne? Der ist drüben gestorben, im Westen. Anderen Gebäudeteil. Ja, dann ist er einmal rumgelaufen. Das war Kürzest. Ist einmal rumgelaufen. Hi, Chris. Hi, mir geht's nicht so gut. Ah... Ich glaube, mit der SMG dich durch die Wand zu treffen ist nicht gut. Ne... Außer du sprayst du durch, bis du nur noch einen Schuss hast. Und dann... bam! Also, ich brauch noch ein bisschen. Ich mach's dir ein bisschen einfacher. Was? Was? Ich hab wieder nicht. Oh. Glaub jetzt nicht mehr. Komm. Ich hab genau auf dich geschossen, der Schuss ging gar nicht an die Wand irgendwie. Nein. Ich hab keinen Einschuss gesehen in der Wand bei mir. Ist das eine Pistole? Ja. Die gibt's im Kopf. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du... Du Hurensohn. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zawon. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ähm... So, wir wollen die... Oh... Gott, Mensch! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Aja!